Die Leitster USB ist eine LED-Frontleuchte mit integriertem Akku- und Mikro-USB-Nachladefähigkeit. Sie hat eine STV-CDO-Zulassung für alle Fahrradklassen. Die Hochleistungsoptik zusammen mit der Cree LED gewährleistet eine Lichtleistung von mindestens 25 Schlucks. Die Brenndauer beträgt mindestens sieben Stunden und ist dank einem mitgelieferten Mikro-USB-Kabel in maximal dreieinhalb Stunden wieder aufzuladen. Die 90 Gramm der Leitster USB sind am Lenker nicht spürbar. Die Leitster USB gibt es einzeln sowohl im Set mit der neuen Nugget-Rückleuchte. Die Nugget ist eine LED-Rückleuchte mit integriertem Akku- und Mikro-USB-Nachladefähigkeit. Sie hat eine STV-CDO-Zulassung für alle Fahrradklassen. Die seitliche Sichtbarkeit gewährleistet einen erhöhten Sicherheitsaspekt. Mit gerade mal 24 Gramm ist die Nugget nicht am Rad spürbar. Die Brenndauer beträgt mindestens sechs Stunden und ist dank der mitgelieferten Mikro-USB-Kabel in maximal zwei Stunden wieder aufgeladen. Die integrierte Silikonhalterung ermöglicht eine werkzeuglose Montage. Darüber hinaus ist eine Cliphalterung im Lieferumfang enthalten, die eine alternative Benutzung an der Satteltasche, Rucksack oder Kleidung gewährleistet. Die Nugget ist sowohl einzeln, aber auch im Set mit der Leitster USB erhältlich. Die Buster 600 HL ist eine LED-Helmleuchte mit integriertem Akku und Mikro-USB-Nachladefähigkeit. Die Lichtleistung beträgt 600 Lumen. Die Buster 600 HL verfügt über sechs Modi und eine maximale Brenndauer von 13 Stunden. Mit dem mitgelieferten Mikro-USB-Kabel ist die Buster 600 in maximal vier Stunden wieder aufgeladen. Die 143 Gramm sind am Helm nicht spürbar. Der mitgelieferte Silikonhalter ermöglicht eine werkzeuglose Montage am Helm.